So, schön, dass du da bist. Dies ist mein YouTube-Kanal. Auf dem werde ich die nächsten sechs Wochen lang regelmäßig jede Woche ein neues Video einstellen. Zu welchem Thema? Fotografie. Denn ich bin Beate Knappe, Portraitfotografin in Düsseldorf und ich möchte dir aus meinem Leben, aus meinem Berufsalltag etwas erzählen. Es gibt da noch etwas, was interessant ist an mir, denn ich bin in einem Alter, wo andere Frauen schon in, wie soll ich das sagen, im Ruhestand sind, ihre Rente genießen, auf keinen Fall mehr berufstätig sind. Ich jedoch habe noch vor, sehr lange berufstätig zu sein, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, als Fotografin zu arbeiten. Eine hohe Befriedigung ist, Kunden zu haben, die zufrieden sind mit dem, was ich ihnen verkaufen kann. Also, wenn du Interesse daran hast, was ich so erzählen werde, dann abonniere meinen Kanal und erfahre mehr darüber, was es bedeutet, Portraitfotografin zu sein. Ich freue mich auf dich!